Andrea Berg zu Gast bei Florian Silbereisen.Nach dem Schlagerbo um 2023, der rund 4,61 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte lockte, interviewte Florian Silbereisen den Schlager-Superstar Andrea Berg. Die Chartstürmerin performte in der ARD-Show am Samstagabend ein Medley ihrer größten Hits. Ein Auftritt, der die Fans in der Dortmund-Westfalen-Halle begeisterte.Andrea Berg, Abfuhr von Florian Silbereisen, was steckt dahinter? Andrea Berg hat Florian Silbereisen nach dem Schlagerbo um 2023 ein unerwartetes Angebot gemacht. Doch zu ihrer Überraschung lehnte der Entertainer das Angebot ab. Was steckt hinter Silbereisens Entscheidung? Nach dem erfolgreichen Schlagerbo um 2023, der Millionen von Zuschauern vor die TV-Geräte lockte, hatte Florian Silbereisen die Ehre, Schlager-Superstar Andrea Berg zu interviewen. Berg begeisterte das Publikum mit einem Medley ihrer größten Hits und sorgte für eine ausgelassene Stimmung in der Dortmund-Westfalen-Halle. Doch das war noch nicht alles, denn gegen Ende des Interviews überraschte Andrea Berg Silbereisen mit einem Angebot. Nachdem Silbereisen sich bei Andrea Berg für ihre Teilnahme an der Show bedankte, schaute sie ihm tief in die Augen und schlug vor, ein Jägermeister. Doch zu aller Verwunderung lehnte Silbereisen das Angebot ab und erklärte, nein, 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 das ist dein Ding. Da bin ich raus. Anschließend ergriff er die Flucht und ließ die perplex zurückbleibende Berg zurück. Die Reaktion von Florian Silbereisen wirft Fragen auf. Ist er kein Fan von Jägermeister oder steckt noch mehr hinter seiner Entscheidung? Es bleibt unklar, ob es einen tieferen Grund für seine Ablehnung gab oder ob er einfach keinen Alkohol trinken wollte. Fans und Medien spekulieren bereits über mögliche Hintergründe, doch Silbereisen selbst äußerte sich bisher nicht weiter zu dem Vorfall. Es gibt sicherlich viele Fans, die das Angebot von Andrea Berg nicht abgelehnt hätten. Sensation? Andrea Bergs Auftritt bei Florian Silbereisen Schlagerbumm überrascht. Lange wurde spekuliert, wer am 21. Oktober bei Florian Silbereisens Schlagerbumm auftreten wird. Auch über eine Performance von Helene Fischer, 39, zu ihrem atemlos durch die Nachtjubiläum wurde gesprochen. Jetzt gibt es aber keinen Grund mehr, die Gerüchteküche brodeln zu lassen, denn die Gästeliste ist bekannt. Roland Kaiser, 71, Howard Carpendale, 77, Michelle, 51, Beatrice Egli, 35, und viele weitere große Stars sorgen in Dortmund für Stimmung. Mit einem Namen haben viele Fans aber nicht gerechnet, auch Andrea Berg ist dabei. Doch warum ist ihr Besuch so besonders? Die Schlager-Ekone war zuletzt im November 2021 bei einer Florian Silbereisen Show, danach legte sie eine lange Pause ein. In Konkurrenzformaten tauchte sie allerdings weiter auf. Für viele Fans stand fest, ihr Fernbleiben hat einen Grund. Nur wenige Wochen nach ihrem letzten Auftritt hatte ihre Schwiegertochter Vanessa Mai, 31, öffentlich gegen Florian Silbereisens Management geschossen und erklärt, warum sie selbst den Schoß verbleibt. Obwohl sie sich nie dazu geäußert hat, nahmen Andrea Berg's Fans an, dass sie es der Frau ihres Sohnes gleich tut.